Okay, 32.000 Points. Also, ich gehe kurz pinkeln, dann starten wir rein, Chat. Bis gleich. Sollen wir irgendwas abstoßen? Könnte man eigentlich machen, ne? Kann er sich eh wiederholen, oder? Was sagt ihr? Sollen wir was abstoßen? Ihr beeilt sich aber jetzt bestimmt. Ist ja langweilig, ich kann ihn eh wiederholen. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Stell mal vor, er hat sich in Aufnahmen, aber das ist ja egal, weil wenn er sich was wiedergeholt hat, dann ist das sein Problem. Was? Das wäre natürlich jetzt ganz lustig. Das wäre ganz lustig. Was? Wie ist der Gegner jetzt gerade rausgegangen, Alter? Was geht, Kylie? Wo ist meine R9 hin, Alter? Keine Ahnung, vielleicht hat Lorena den. Boah, war das gerade ein Schwitzer-Game. Wo ist die Bilanz? Ich glaube, ich habe mir irgendwas... Das ist nicht nur Muskelkater, oder was vielleicht falsch gemacht, oder so. Das sind Schmerzen, die sind nicht von diesem Planeten. Vorsicht. Wo ist denn das Transferlist zu getan, oder? Warum habe ich 70.000 Münzen, was hast du verkauft, Alter? Ja, ich habe doch gerade 2.000 Münzen. Das ist ein Test, ob du das ja Ehrenmann bist. Was ist von Ehrenmann? Können wir nicht alle halten? Sag mir nicht, du hast ihn jetzt umgeformt, Alter. Und ich musste ihn jetzt wieder zurückformen. Wo ist der? Wo ist der? Hier, Hopp. RIP-Zip. Warte mal. Verschwunden sein geht ja nicht. Warte mal, hab ich doch. Wie viel soll ich denn noch aufladen? Full. Wie viel. Bia. Bia. Wer hat man? Wo ist der? Ja. Wo ist der, Mann? Was meinst du, warum du 70.000 Münzen hast? Hast du ihn diskartet, oder was? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Vielleicht. Meinst du, du kannst den wiederholen? Das nicht geht? Ich glaube das geht nicht. Fünfmal geht das. Ich habe schon fünf Karten wieder geholt. Niemals kannst du dich verarschen. Welche denn? Und warum? Ja weil ich noch Münzen gebraucht habe. Ja und dann holst du so eine Goldkarte wieder. Abgegeben SBC vielleicht auch. Dann gehst du wieder. Das Pack hatte ich schon. Ganz schwierig jetzt. Ja und jetzt Alter, ich wollte doch mein erstes Game machen. Du Hund Alter. Was soll das denn? Hast du den jetzt ernsthaft abgegeben oder was? Ey. EA Sports. Support. Ich rufe jetzt gleich in der Web-App an. Was hat er jetzt gemacht Chat? Schreib mal rein. Was für zurückholen man. Aber stell dir vor ich hätte wirklich ein paar Sachen zurückholen. Weil ich noch was denn? Aber was denn? Ja weiß ich doch nicht. Irgendwelche Sachen wie du den Dings in die Wissen kannst hast. Nein nicht von Videos. Ich schwöre ich hab nix geholt. Oh Leute man wie wisst ihr euch. Ich bin ein Ehrenmann. Ich geb den Hosen wieder. Ich hab nix geholt. Wo geht das denn überhaupt? Ich denke also ich würde mal schätzen bei besten Listen. Da macht es am meisten Sinn oder? Guck mal nach. So warte mal Chat sag mir wo das geht. Wo geht das jetzt? Klick mal auf besten Listen. Ich glaub da funktioniert das. Ah hier. Wo ist der? Geh mal auf nächste. Was haben wir denn heute? Oh. Was haben wir denn da? Hey. Aber bei mir darfst du das nicht machen. Weil ich hab mir alle Spieler wieder geholt. Ich kann das nicht mehr machen. Was hast du denn wieder geholt? Vom Discarden. Achso. Ja ok. Deswegen wenn du mir gleich was Discardest dann kriegst du das nicht wieder. Ich schwöre ich dir herz im Fakt. Boah ey. Ich hab grad Glücklich so einen kalten Schauer gehabt. Ich hab voll vergessen dass man sich die Spieler zurückholen kann. Ich mach trotzdem jetzt noch ein Spiel. Ja wo ist der denn jetzt man? Voll crazy dass das so geht. Das ist er hier. Alle schreiben schade. Wär cool wenn er weg wäre. Schade alter. Ich hab deinen roten Ronaldo abgestoßen ey. Wenn ich das jetzt nicht zur Lightning Round schaffe ne. Dann krieg ich die meisten. Boah da krieg ich bestimmt ein Pack mehr ab weil du keine kriegst. Mir ist scheiß egal ich spiel jetzt. Was für Verlängerung wenn ich im ersten Game. Boah du scheiße was ist das denn alter. Nutellas. Es kommt so ein scheiß Schwitzer hier ey. Nutellas. Das ist halt so Glückssache ob du einen guten Gegner bekommst oder einen schlechten. Ich hab nicht mal meine Spieler eingestellt. Ähm. Ey man alter wenn ich das jetzt nicht schaffe zu Lightning Round ne. Auf keinen Fall Veränderung ne. Sonst musst du welche machen. Ey jetzt hab ich sogar noch falsche Formationen hier und falsche Aufstellung gemacht. Ey man alter. Mann wo ist die scheiße. Schaffst du nicht bis 20 Uhr. So. Jetzt testen wir mal ein bisschen aus hier. Boah da ist er ja. Neuerster Wahlkontakt. Und Ronaldo mit der 7. Alter. Mann. Ich sag schon wieder sehen. Neymar 8. Warum ändern sich immer die Nummern jedes Mal. Hm. Wo geht das? Was macht der da? Ey. Boah was für ein Move von dir. Boah wenn der gesprungen wird für das Ding wird er reingegangen ne. Ja. Verbindung ist wirklich grauenhaft digger. Boah ist er ja einen neuen alter. Das ist schon 17 oder? Was hat der? Roberto kannst du mal die 3 ne? Ja. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö die woche die verwendung mal richtig gut die war immer kacke also ich fand das immer richtig gut mit das spaß gemacht wenn ich mir die drehung angucken sie das auf jeden fall nach einer guten sag mal was schwitzt er denn so alter was sagt ihr denn zu mertens kann man den machen oder soll man denn nicht machen bei diesem zypria zum beispiel dachte ich mir diese 250 km macht keinen sinn wenn du den eben nur für eine aufnahme macht spielst oder so ja was jetzt mein erster freude guck mal guckt euch mal mein team an und wo soll ich da mertens spielen wo oder also klar dass er krank ist ist ja klar aber was kostet er denn überhaupt da wird ja bestimmt seine 600 k ja mindestens oder ja doch 690 690 k 500 was ich so schade finde dass der kein gutes bild also kein bewegtes bild hat also 500 k finde ich lohnt sich jetzt auch nicht für ein zwei aufnahmen warum hat er nicht direkt geschossen was drückt er noch pause der pf ich schaff es nicht zu leitenden und zählt nicht alles wegen deiner scheiß aktion abseits ja es kommt eine pause du fiff kann man da macht tiefer recht gute laune aber spielen wir noch diese scheiß formation warum sagt das denn keiner mann ach geil ich bin jetzt auch allein ach du kacke halte aber die fresse jetzt schlöss dir alter hat mich das auch mann ich glaube wir müssen gleich echt voll bild und epic music an mann als maul fokus weil ich jetzt hier so gestresst spielen muss alter ich bin so lang ist ja gut nee deshalb lege ich da noch zurück ich habe vorhin gesagt schwitzer maschallah inshallah digga du weißt wie wichtig mir die weekendling ist ne hä was habe ich denn gemacht man sagt dir eine scheiß aktion da alter als habe ich was dafür ja weil ich jetzt voll gestresst spiele und meine formation gar nicht anweisung gar nix digga die alle spielen sich wie bastarde lol hättest du ja noch machen können jetzt hast du das spiel halt danach gemacht ja ich wollte unbedingt ein spiel machen wofür sage ich ich gebe pissen und spiel dann hättest du das spiel dann danach gemacht ach danach nee ich wollte jetzt spielen ich kann nichts dafür wenn du verlieren sollst konzentriere dich halt die fresse man geh ich auf den sack ja du kannst dir jetzt meine schwarze mund nehmen halt die fresse ja ja gib dem rot alter du musst jetzt erstmal nur feller brot du musst dich einfach locker machen und spiel komm mal ich ziehe jetzt ein totz hier raus nice totz hast du hast ach der hat rot bekommen ja moin da wird es jetzt richtig schwierig ich verpasse trotzdem die lightning round ist ja super für morgen auf jeden fall wenn wir die packs haben reicht wenn ich was krasses ziehe für den titel ja wenn du beim ragequit machen würdest dann wird es auch geschafft was ist das denn für eine verbindung ein paar therapie brauchen wir nicht ne ich heiße ja nicht lorena wusstet ihr dass fifa aggressiv macht bestes beispiel der junge neben mir jetzt muss er noch umstehen nachkommen drückt weiter bitte vielleicht will er auch lightning round öffnen sei ein ehrenmann einer gegen alle christian ronaldo erne 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 mach doch nicht so ein auge machen jetzt mal wenigstens den name hat er totz geholt ja weil ich den pair of the month up für united zum vogel ich bin auch neun oder was ja normal oder jetzt musst du erstmal aufpassen ich sag nichts mehr ich sag nichts mehr ich sag nichts mehr oder konzentriere dich jetzt ich sag nichts mehr mach soll ich epic music machen nein bestimmt nicht damit ich noch mehr unter druck stehe also lass dich einfach in ruhe spielen und gut ist mach deine sachen red mit dem chat aber nicht mit mir was geht chat nice ja let's go schön ich krieg die ersten packs nicht mit alter uff lightning round nummer zwei und der nächste noch zocken machen was fällt dir ein komm blau uff oh kein blau hau rein jetzt hau rein weg damit oha 13 kassen schon weg drück junge drück komm dinge ich hab keinen bock mehr auf die facts doch du kriegst die noch komm blau komm sie durch zwei hast du bisher verpasst hospice dort was komm warum ist